ARD Text im Auftrag von Funk Ja, lang ist hier, drei Monate glaube ich jetzt ungefähr, hat verschiedene Gründe, geben einmal Ideengründe, ich habe eine Idee mehr gehabt, was ich machen kann, zum anderen Verletzung, Verletzung war dann die letzten Wochen noch da, was dann Skaten noch ein bisschen verhindert hat, so hat es halt vorher gesehen, das war der Slam, genau, jetzt bin ich zurück, heute ist vielleicht so ein kleines Video wie so, Also, ja, jetzt sind wir reingekommen wieder in die Videodrehschnitt und so weiter Geschichte, ein bisschen wieder warm werden, ich bin das glaube ich vier, fünf Wochen immer gefahren, vier Wochen glaube ich waren es jetzt ungefähr, und ja, einfach ein bisschen wieder reingekommen, und mal schauen, vielleicht tue ich das Rail hier noch noch, einmal habe ich jetzt erstmal ein bisschen Flattricks, wieder reingekommen, Kickflip, Und dann geht es wieder los, viel Spaß! ARD Text im Auftrag von Funk bisogner character!! Automatic, Automatics, 유럽arbats core , in trungs shoot de-magazine, shoot de-magazine, shoot de-magazine with de-pon hyp geht Thadding natta, agggggggggggggggggggggGbGgggggggggggggggggggggggggsgghgg égggghtghggggggggggggggggggggvgggofxamggggggggggggggggg Das war's für heute. So, jetzt gibt's eine kurze Pause und dann kommt's Rail. So, jetzt geht's. 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 So, jetzt geht's.